Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mal ich aus der Werkstatt. Wir sind unterwegs. Der Spike. Mike alias Spike und meine Wenigkeits unterwegs nach Uelzen. Mal gucken, was uns da denn so erwartet. Dann zeige ich euch den später. Bis gleich! Der Benzingeruch hier. Ja, ne? Ja, das ist hier die von Frank hier. Mike, das wäre auch was für dich, ne? Ja, ein Frömmchen. Gehen wir hin, nochmal die Werkstatt. Spike geht mir vor. Da hat sich Spike gerade ein Helmchen gekauft. Jetzt ist er los Helmchen. So, jetzt kommen wir mal die anderen Katakomben hier. Nicht nur Mopels. Ne, nicht nur Mopels. Das wäre auch schon das für mich hier. Würde gut zu meinem Chevy passen. Auch krasse Scheiße, ey. Schöner Mustang. Und das Ding ist hier total vorne. Guckt euch das an. Mit Lachgas einspritzen. Einfach nur gekloppt. Echt. 4,2 Liter. Ja. 4,2 Liter. Ja. 4,2 Liter. Ja. 4,2 Liter. Das ist einfach nur gekloppt. Das sieht so aus. Richtig geil gekloppt. Wo stand seine Beiwagenkarre? Das gucken wir da auch nochmal rein. Wird mal. Shake. So. In den nächsten Raum. Das ist wie so ein Spielplatz hier. Guckt euch das an. Hier stehen schon wieder die nächsten Objekte der Begierde. Hier. Schon alles vorbereitet für den Beiwagen. Auch mit V6 Motor. Ist einfach nur bekloppt, ey. Sorry. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Oder ist es für euch? Ja. Ist bekloppt, ne? Ja, absolut. Ist voll bekloppt, ist das. Echt, ey. Aber geil bekloppt. Aber geil bekloppt. Mittel. Blinkass. Blinkass? Ja. Ja. Blinkass. Spiegeletten. Ja. Hier sind Spiegeletten. Spiegels. Überall Spiegeletten. Heden schicken Mini-Scheiß, Alter. Viel Blödsinn. Guck mal, hier Spike hat was gefunden. Spiegeletten. 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 Aber zu groß. Zu groß. Sch Yep. Schau. Spiegeletten. 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 Phänz. Ja. Spiegeletten. So was brauchst du hier. Guck mal hier. Das ist doch geil. Es gibt nur so einen Stahlhelm. Das ist aber nicht gut. Das ist gut. Nee. Weiß ich nicht. Was ist denn drauf? Oh ja. Was drauf? Nee, nee, nee. Mhm. Kann man mal. Ja. Was ist das denn? Okay. Mhm. Der hat auch was, oder? Ja. Du darfst wirklich, ne? Du darfst wirklich kein Stück Kuchen? Nee. Ja, Maik ist ein ganz Süßer. Ich find's geil hier. Das ist wie im Wunderland hier. Oder Spike? Ja. Spike hat nämlich auch schon was gefunden. Aber wenn ich jetzt nichts finde, dann wäre ich sauer. Wir gucken weiter. Sogar eine geile Außenanlage hatte hier. Kannst du mieten. Schöne Bungalowhäuschen. Ja. mit Spielplatz hier. Kick dir das an. Alter, was für ein Gelände, Junge. Da ist bestimmt Scheiße aus drin. Ja. Ja. Wo ist das an Liedenschüssel beim Kacken? Ja, geil. Zum Abschluss rolle ich dieses Bike noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Oh, der ist schon krasses Teil. Richtig krass. Das ist krass. Was anderes fällt mir dazu auch wirklich nicht ein. Ja, so ist das. Wenn wir uns mal langsam mal wieder auf dem Weg nach Hause machen. Haben wir es hier vorhin noch schön gegrillt. Haben noch schönes Essen bekommen. Und sogar Erdbeertorte. Also wir fahren jetzt langsam dann Richtung Heimat. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.